Musik Spüren wir schon? 10 20 Wir lassen uns davon nicht beeindrucken, ob wir oben oder unten stehen. Wir feiern genauso. Und wir vermitteln die Freude an unserem Sport, auch anderen. Andere finden uns toll, kommen dann mit zum Feiern. Und trotzdem sind wir am nächsten Tag wieder da, wenn es umgeht, dann wirklich sportliche Leistung abzurufen. Wir machen das aus Leidenschaft. Deshalb sind wir wahre Amateure. Musik Unsere nächste Sause-Reise heißt, wir wollen Longboot fahren in Asien oder irgendwo auf der Welt, wo es möglich ist. Das ist relativ schwierig als europäisches Team. Es gibt ganz wenig Regatten, vor allem wo europäische Teams zugelassen werden. Weil in Asien das einen sehr kulturellen Hintergrund hat. Musik Besonders macht uns seit fast 30 Jahren die Idee mit dem Drachenboot um die Welt zu reisen. Sport ist für uns natürlich ganz wichtig, aber wir wollen mit dem Drachenboot die Welt entdecken. 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 5 6